Ja, Huhu hier wieder beim Quali. Es geht weiter mit Baldur's G3. Wir suchen uns jetzt hier mal einen neuen Loot oder sowas ähnliches. Lange können wir nicht mehr hier draußen bleiben ohne... Weil wir haben ja schon unsere zwei kurze Rasten verbraucht, die wir haben. Einen Fight kriegen wir hin und danach müssen wir einen langen Rast machen, damit wir die wieder auffüllen. Hier haben wir gerade was gefunden. Glüht was? Ohne des Adlers. Wächterstatue. Okay. Vielleicht ist das der erste Moment, wo wir hier mal rumsneaken sollten. Astarion kann das ja besonders gut. Oh, hier hinten sind... Gegner. Aha, aha. Mal speichern. Und dann mal schauen, ob wir hier so ein Sneak-Ding hinkriegen. Und dann mal schauen, ob wir hier so ein Sneak-Ding hinkriegen. So, der Kampf beginnt. Und wir gehen mal zu den anderen, die nicht im Kampf sind und holen die mal hier zu. Falls hier gleich jemand entscheidet, hier nach oben zu kommen. Ich bin bereit. So, ich habe schon meine Aktion verbraucht. Habe aber noch zwei Bonus-Aktionen. Das heißt, ich kann hier nochmal mit der Hand am Wurst schießen. Auf den da. Nicht genug Ressourcen. Okay, ich kann nur mit dem Messer noch ein zweites Mal zuschlagen. Aber ich möchte eigentlich weniger da runter. Das heißt, ich verziehe mich jetzt hier mal. Und warte hier ab. Sie spurten jetzt und wollen jetzt wahrscheinlich nach oben. Weil da vermuten sie mich. Aber da bin ich ja gar nicht. Sneaken wir mal hier. Verstecken erfolgreich. Ich bin nicht im Vorteil. Durch bohrenden Schuss. Auf die. Klaffende Wunde. So und dann. Verziehen wir uns. Und sneaken hier wieder durch die Gegend. Sputt. 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 Okay, die machen aber gar nichts. Sie wissen ja auch nicht, wo ich bin. Hier rüber. Auf die andere Seite wieder. Nicht genügend. Bewegung. Achtzig. Fehlschlag. Und jetzt zeigt sich schon, dass wir hier gut getan haben, mehr Bonusaktionen zu machen. Das heißt, wir können das hier viel besser bewegen. Mit keine Klaffen in den Wunden mehr. Aber sie bewegen sich halt auch nicht. So. Das ist immer ein bisschen komisch. Warte mal. Ich gucke jetzt nochmal ins Kampfprotokoll. Ich habe mein Verstecken. Warum habe ich das Verstecken verloren? Verloren. Betroffene Kreatur ist für Gegner unsichtbar, bis sie ihren Sichtkegel durchqueren. Wahrscheinlich deswegen. Weil ich jetzt hier zu weit nach vorne gegangen bin. Da muss ich mich irgendwie noch ein bisschen mit auseinandersetzen. Kritischer Fehlschlag. Ich gehe noch ein bisschen weg hier. Verzüge mich wieder. Die machen jetzt hier wieder nichts. Es gibt keine drinnen. Und wir gehen hier wieder nach vorne. Auf diese Seite. So. Jetzt ist das Verstecken noch erfolgreich. Das heißt, jetzt kann ich hier... Wieder nicht geklappt. Aber gut. Der Typ ist jetzt wenigstens hin. Die machen wieder nichts, weil sie hat keine... Oh, er kommt. Er kommt. Er kommt. Interessant. So. Und dann schießen wir auf ihn. Wir gehen wieder ein bisschen zurück. Gucken wir, was er gleich macht. Kommt der nach oben? Nein, kommt er nicht. Möhm. Möhm. Wir wollen die mal ausschalten. Möhm. Ist sehr gut. Der ist ein bisschen Käptchen. Oh. Missburten. Bitte. 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 Das ist echt gut. Ich finde das ein super Vorteil mit dem extra Bewegen. So, jetzt bewegen wir uns nach hier wieder, weil hier ist nicht sein Sichtbereich. Das heißt, jetzt müssten wir eigentlich so einen hinterhältigen Angriff machen können. Ja, jetzt klappt das und jetzt klappt es irgendwie doch nicht. Hier hinten. Das sieht euch immer noch nicht. 96%. So, und jetzt hat es funktioniert. Jetzt können wir unsere Gruppe wieder zusammenholen. Astarion hat geregelt. So, ein Heiltank, schön. Und hier haben wir wieder Zeug. Wir brauchen Zeug. Das ist alles gut. Aber wir müssen ja auch noch in diesen Raum reingehen. Von diesem Dungeon, wo wir die ganzen Fallen hatten. Da können wir jetzt inzwischen ja... Da können wir inzwischen ja rein. Und alles machen. Tür, 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 tausend Sachen. Und... beschlossen. Dann öffnen wir das nochmal. Da fügen wir noch einen Bonus hinzu. Nicht geklappt. Nochmal. Jetzt hat es geklappt. Deutlich sogar. Und wir haben einen Stab gefunden. Eiltrank und Gold. Gold können wir gut gebrauchen. Da hatten wir schon mal ein bisschen reingeguckt. Gibt's überall nix. Alles klar. So, dann klettern wir nochmal hier runter. Und bluten mal die Toten. Eine Streit-Axt. Wann das nicht zwei? Ja. Wus ich gerade sagen. Hier ist noch eine gewesen. Wenn wir ganz am Anfang gekehlt hatten dann. Alles mitgenommen. Hier ist noch ein Schalter. Und... Aha, aha. Hm. Was haben wir jetzt hier gesehen? Ach, hier die Statue. Okay. Die haben wir jetzt hoffentlich ja ausgeschaltet hiermit. Also dem gibt's nicht. Gem geht's nicht gut. Der ist bewusstlos. Wo ist denn unser Heiler hier? Wir haben keine Zauberplätze mehr frei. Aber wir haben hier sowas. Vielleicht hat er auch. Nee, vielleicht nicht. Einmal pro langer Rast. Mhm, 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 mhm. Ungut. Das heißt, wir müssen da ein bisschen mehr mit Haus halten. Mit den Zauberplätzen. Aber wir können ihm ja mal einen Heiltrank an den Kopf schmeißen. Gucken, ob das hilft. Ah, sieht mal. Sowas geht. Hm. Wie sind die Goblins in den Heim gekommen? Es ist meine Schuld. Ich dachte, ich habe ihnen den Zauberplätzen gegeben. Aber sie haben mich durch den Tunnel zurückgezogen. Ich muss den anderen erzählen, was passiert. Ich stehe aufhörig. Es gibt Trenken in diesen Tunneln. Ach. Und danke dir wieder. Hab ich schon gesehen. Ja, ja, ja. Wir schnappen uns nochmal Astarion jetzt hier. Und hüpfen wir hier rüber. Gibt es mir bestimmt auch noch cooles Zeug. Hüpf. Ja, da hat nämlich jetzt schon hier wieder jemand geschossen. Den können wir hier ausstellen. Dass sich Star-Touren durch Schleichen beeinflussen lassen, ist echt interessant. Der ist eine Tote. Der hat einen Schlüssel. Der ist eigentlich für die Truhe oben, glaube ich. Von daher nutzt das nicht so viel. Gucken wir hier noch irgendwie rüber. Nee. Sieht nicht danach aus. Hüpf. Die Gruppe können wir wieder zusammenschließen. So, und dann geht es hier weiter. Durch den Matsch. Durch den Matsch. Still alive. So, that's progress. Das soll ich die ganze Zeit schleichen. Verrotteter Korb. Die Gruppe können wir hin. Die Gruppe können wir, glaube ich, hin. Hüpf. Abgrund. Nee, da wollen wir nicht hin. Nein, da wollen wir nicht hin. Oh. Oh. Ich bin nicht so, wie das Wasserhüpfchen. Ich muss hier bleiben. Oh. However, for reasons that cannot be disclosed, it is of vital importance that my death be remedied at your earliest convenience. You may rest assured that I do not speak out of self-preservation alone. Many lives depend on my return to the living within the span of two days. I trust I've made myself clear. Why do so many lives depend on my return? That will be covered by the four reasons that cannot be disclosed clause. So let's move on. I have upon my deceased person a magical item that can accomplish my return. But such is the value and rarity that it is protected by a multi-layered security protocol. I will now explain the protocol. Step one is to retrieve from my person a pouch I wear over my heart. Junge du bist in an Abgrund gefallen. Next you thread the purple seam that seals it in a counterclockwise fashion. Do not touch any other colored strand. Inside the pouch you will find a folded letter and a tiny flute. Unfold the letter and note the maklins in the top and bottom corners. These are the notes you will need to play. Starting from the bottom right, play the notes in correct order. Clockwise this time. Upon completion of the tune, a magma method will appear which will pose the following question. This is Ignal for what is my name. The answer is Kasitrak Ash. Pronounce the name correctly and the method will breathe on the letter. Stay clear because the little scamp can melt metal. Words will now appear on the letter's surface. Effectively turning the letter into a scroll of true resurrection. Use it to bring me back to life. Ähm. Ähm. Ja mach ich. Kann ich zwar nicht. Du bist in Abgrund gefallen. Komm nicht in Frage. Ich versuche euch zu versuchen. Ich muss einfach sicher sein, dass ihr versteht. Ich verstehe euch hinweg, bevor ich rausfinde wie ihr ihn zweimal töten kann. Habe es deinen Weg. Ich kann nur hoffen, dass eure Erinnerung weiter entfernt ist als deine Patience. Best Glück mit dem Protokoll. Ja. May my cold dead hands soon be refilled with the warmth of life, so that they can shake yours in gratitude. Tja. Ah, jetzt haben wir hier Gaze. Aha. Rein theoretisch ist es also möglich. Ähm. Hm. Jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst. Ah, gut. Ich, ähm, hatte vor, das auf eine andere Möglichkeit zu, äh, auf eine andere Weise zu lösen. Wir gehen nämlich ins Lager. Oh, warte mal. Vielleicht geht das gar nicht. Scheiße. Neun Gold. Ah, wir müssen, wir müssen den wieder beklauen, den Typen. Wir können ja nicht wiederbeleben, Leute, ne? Komm mal hier. Not this one. Nor this one. And this one less worthy still. I riddle thee not. I speak only what requires telling. Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. Hmm. They bear great discontentment with their destiny. Hmm. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. Hmm. Hmm. Suspicion always haunts the guilty mind. My services are all that I can proffer thee. What thou wilt do with them is for thee to undertake. Hmm. Na, ich hab grad nicht genug. Will, lass mal, lass mal reden nochmal. Und dann hier nochmal mit Astrarion Geld klauen. Oder geht das überhaupt? Der hat gar nichts mehr. Das hatten wir letztes Mal schon gemacht. Das heißt, ich kann ihn gar nicht wiederbeleben. Hm. Pass mal auf Geld aus. Kostet glaube ich 200. Das können wir mal um so lange Rast machen, wenn wir schon mal hier sind. Wenn es irgendwer plötzlich noch zu besprechen gibt. Ja, es ist Schattenherz und es ist zu besprechen. Ja, es ist Schattenherz und es ist Schattenherz. Ich habe keinen Heiland mehr. Ja, ja, danke. Ist Darian immer was zuquatschen? Will auch? Will he know how to bring the worm into control or this little adventure of ours be over? Hmm Ja, gut. I don't want you to run off just yet. You're quite the ally after all, traversing Avernus, surviving the crash, surviving everything that's followed. I'm not normally impressed by people of your stature, but you're stronger than I gave you credit for. Na, ich bin schon ziemlich beeindruckt. Aren't you just... Hau mich so anzustarmen. Was I? I just... I just need to get some air. Clear my head. Ja, ja, mach mal. I'll see you later, I'm sure. Sleep tight. Haha, last move. Erg, 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 erg... Tingle runs through your head and down to your feet. Ah, there it is. That shiver. Our little brain worms have made fast friends, it would seem. How do you feel? Hmm, überraschend gut, trotz allem. Der Gale ist halt gerade gestorben, aber sonst... Before the Alithids unscheduled surgery, I'd felt hundreds of beasts and a fair few fiends. The Tadpoles weakened me, suppressed greater talents, but beyond that, I've showed no signs of turning. No nausea, no pain, not even a hot flash. Hmm. Okay. Indeed. Perhaps the worm's vat was poisoned. Perhaps we're uncommonly fit. Or, perhaps the Tadpoles are merely on holiday. We could conjecture all night. I suppose the why doesn't matter so much as the what next. And that answer is plain as the horns on a war devil's head. We get these things out. Let's get some rest. Dawn comes sooner than we think. Indeed, indeed, indeed. Indeed. Na ja, wer schleicht denn da nachts durchs Lager? So. Lager verlassen. Jetzt brauchen wir Knete. Na ja, traps please. Ja, guck mal, das lässt sich doch schon mal hier, das ist doch schon mal hier, reicht doch, oder? Ähm, wie viel haben wir jetzt? Zusammen. 81 und 135, das reicht. Also gehen wir nochmal zurück ins Lager. Jetzt müssen wir Gale wiederbeleben können. Ja, so, äh, hol mal Gale zurück. Ich möchte einen gefallenen Gefährten abholen. Hol mal Gale zurück. Ja, ja. Hier ist das Geilste. Jetzt nicht. Aber ich hole mir auf jeden Fall bald einen Mietling. Ich will mir auf jeden Fall bald einen Mietling verlieben. Da wird der Necromancer wieder, wiederbelebt. Ja, rise. Look. 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 My word, you did it. Oh, it's good to be alive. My hands are still cold, so that handshake will have to wait, but in the meantime, thank you. Gern geschehen, willkommen zurück. Hat nur 200 gekostet. Oh, it's a relief to be back on beautiful Faerun. The drearyness of the fugue plane oppresses one's soul so very quickly. That said, I assume you have some questions for me. Only fair to warn you, I've precious few answers to spare. I apologize if that sounds thankless. It's just that some secrets simply cannot be revealed. Sprecht. Oder stepp nochmal. Hm, komm hin. Ja. Gib ihm. I suppose that after all you've done for me, I should be at least a little bit forthcoming. Aber sowas rund. I will answer one question that you may have, to the best of my ability, if I can. Because it was the truth. The truth is a great motivator. I am dangerous. Not because I want to be, but because of an error I made in the past. It makes me dangerous. Even in death. You brought me back to life and for that I am in your debt. I was surrounded by danger. It could happen again. If it does, bring me back again. You must. For the sake of many. Hm. Mysterious. So, jetzt quatschen wir nochmal mit dir. Astarion, du musst jetzt unsere 200 Gold wiederholen. Hm. Hm. Also was wir machen können, wir können ein Mietling rekrutieren. Also ja, dann noch nicht, aber machen wir bei der nächsten langen Rast, glaube ich, dann zeige ich euch mal irgendwie was, was ich mir da so ausgedacht habe, beziehungsweise ich weiß, was funktioniert, ist so ein bisschen so ein halb Cheating, halb nicht. Und ja, seid gespannt drauf. So, also wir können jetzt aber hier wieder raus mit Gail. Achso, wir haben ja einen neuen Tag. Das heißt, wir brauchen wieder lange Schritte. Und wir brauchen wieder mit Tieren sprechen. So. Hüpf. Komm mal da unten rein. Hüpf. Ah ja. Ist er das? Das ist irgendwie passiert, dass du mal an den 20 von diesen Sachen würdest. Das ist irgendwie passiert. Zappzapp. da kommen wir nicht durch? what? oh je so, dann kommen wir jetzt raus hier so, und wir haben uns schon wieder eine halbe stunde um, das heißt vielen dank fürs zugucken und wir müssen jetzt hier wieder einmal durchs lager und wieder raus und dann sehen wir uns aus in der wildnis wieder und dann können wir noch mal ein bisschen looten gehen, tschüss